Meine Damen und Herren, ich begrüße euch ganz recht herzlich zurück zum vierten Teil der Tutorial-Serie zum Thema Rival Regions. Ken Trigo wieder hier und wir widmen uns heute einem wesentlichen Aspekt, nämlich dem Thema Politik. Ich werde am Ende des Videos auch so zwei, drei Tricks und Kniffe noch zeigen, die ich jetzt schon häufiger gefragt worden bin. Wie kann ich zum Beispiel einen Link verschicken von meiner Partei, von einer Mine, von irgendwas? Da werden wir dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen drauf eingehen, da kann ich dann noch was zu zeigen. Aber heute wollen wir uns erstmal im Wesentlichen mit dem Thema Politik beschäftigen. Das Thema Politik ist wirklich nicht einfach, mal wieder nicht einfach, muss man fast dazu sagen, wie das Thema Krieg. Es gibt sehr viele Aspekte. Sicherlich werde ich nicht alles umreißen können. Ich werde versuchen, das hauptsächlich, das meiste, das wichtigste, versuche ich mit abzudecken. Aber reißt mir nicht den Kopf ab, wenn mal was nicht hundertprozentig stimmt. Ich bin immer sehr froh über eure Hinweise. Ich habe auch schon sehr nettes Feedback bekommen zu den ersten drei Videos. Vielen Dank dafür. Und wie gesagt, auch da bin ich natürlich wieder offen. Sprecht mich an, schreibt mir. Gerne korrigiere ich das in den Kommentaren dann unterm Video oder so. Das kriegen wir alles hin. Fangen wir mal an. Wenn man in das Spiel reinkommt, dann ist man hier, sehen wir Partei, parteilos. Das heißt also, man besitzt keine Partei, man ist keiner Gesinnung irgendwie angehörig oder Sonstiges. Eine Partei, wie ich gerade schon sagte, Gesinnung, hat also verschiedene Ansichten. Ich kann mich jetzt hier in der Partei mal ändern, weil das gerade mal meine ist. Die sind unterschiedlich gelagert. Kommunistisch, sozialistisch, anarchisch, gemäßigt, theokratisch, as you like. Das, was euch gefällt, könnt ihr auswählen. Sucht euch eine Partei, die eure Interessen vertritt, die zu euch passt, mit der ihr warm werdet. Wichtig, in sehr niedrigen Leveln, und dazu würde ich sogar meins auch immer noch zählen mit 67, ist es eigentlich nicht sinnvoll, eine Partei zu gründen. Es sei denn, ihr wollt, wie ich, immer gerne auch was zeigen im Video, oder ihr habt eine Idee, wollt ein Projekt starten. Aber wenn man ganz neu ins Spiel kommt, ist es sicherlich sinnvoll, sich einer der größeren Parteien anzuschließen. Ist die Partei dann einmal eröffnet, die neue, oder ihr habt euch eine angeschlossen, habt ihr die Möglichkeit, natürlich die Mitgliederliste einzusehen. Als Leader der Partei habt ihr mehr Optionen als jemand, der einfach nur der Partei angehörig ist und dort keine wesentliche Rolle einnimmt. Das heißt, als Parteilead habe ich die Möglichkeit, Sekretäre zu ernennen, Leute rauszuschmeißen oder den Parteilead weiterzugeben. Ihr seht, wenn ihr jetzt ein reines Parteimitglied wärt, würdet ihr diese rechten drei Optionen, die jetzt neben den Nationalflaggen sind, nicht sehen. Was sind Sekretäre, was ist der Parteilead? Ja, was unterscheidet die eigentlich von den ganz normalen Mitgliedern? Ihr seht hier bei der Partei, dass sich hier sowas wie ein Parteilohn ergibt. Da kann man auch draufklicken, da sieht man auch, wer hier den größten Parteilohn hat und so weiter. Was man allerdings nicht missverstehen sollte, ist, dass man jetzt grundsätzlich, wenn man der Partei angehört, 100 Gold bekommt. Das ist so nicht richtig. Das Gold kann an den Parteilead und die Sekretäre bezahlt werden. Das heißt, dieser Wert, den kann ich nicht selber festlegen, diese 100 Gold, sondern die 100 Gold generieren sich proportional daraus, wie viele Spieler mit größerem Level 60 aktiv sind in der Partei. Das muss, aktive Spieler werden so bemessen, sie waren nicht länger als 24 Stunden inaktiv und sind mindestens drei Tage der Partei angehörig. Mindestens fünf Spieler werden benötigt, die diese Kriterien erfüllen, damit der Parteilohn überhaupt ausgezahlt wird. Und der wird nur ausbezahlt an den Parteilead und die Sekretäre. Das ist wichtig. Ich habe die Partei gegründet in Nordnorwegen. Warum habe ich das gemacht? Weil ich mit der Partei Leute sammeln wollte, die der gleichen Gesinnung sind, die das gleiche Projekt verfolgen und eine Region und einen Staat leiten wollen. Vorher war ich ja in der Söldnerpartei, GMD. Jetzt bin ich also in eine eigene Partei gewechselt und habe diese in Nordnorwegen geöffnet. Ist das sinnvoll, die einfach irgendwo zu öffnen? Nein, sicher nicht. Ihr könnt nämlich später den Standort der Partei nicht mehr ändern. Das heißt, ich müsste jetzt, um irgendwo in eine Region zu ziehen, wo vielleicht eine Parlamentswahl wäre, müsste ich diese Partei auflösen und neu eröffnen in einer anderen Region. Dadurch kann es natürlich mal sein, dass ihr den einen oder anderen Spieler verliert, weil zum Beispiel inaktive Spieler würden dann nicht mitziehen. Frage auch dann natürlich gegeben, brauche ich die dann? Also ist das dann sinnvoll? Das heißt also, macht euch vorher darüber Gedanken, wann ihr eine Partei eröffnet, findet euch vielleicht schon auf Telegram oder sonstigen Messengern zusammen, überlegt euch, was ihr wollt und gründet dann eine Partei am besten da, wo es gerade Sinn macht für euch und wo ihr etwas vorhabt. Ich habe das hier tatsächlich nur zum Sammeln genommen. Auch der Name ist jetzt nicht final und auch die Beschreibung ist nicht final. Das wird sich alles noch verändern. Aber das muss man einfach so ein bisschen auf dem Schirm haben. War mir nämlich am Anfang nicht klar. Ist aber ein relativ wesentlicher Aspekt, wenn man sich jetzt überlege, ich möchte irgendwo hin. Und wenn ich sage, ich möchte irgendwo hin, dann meine ich natürlich, ich möchte ja jetzt irgendwo auch die Kontrolle vielleicht erlangen. Ich möchte irgendwo politische Macht ausüben. Und was gibt es denn da überhaupt alles an politischen Mitteln? Ja, Leute, da gibt es eine ganze Menge. Ich versuche das mal alle so aufzudröseln. Wir kriegen das schon hin. Wie sehen wir denn überhaupt Regionen, die jetzt für mich attraktiv werden? Also wo kann ich denn sofort hin und vielleicht auch in der Parlamentswahl teilnehmen? Grundsätzlich, ich habe euch das gesagt, wie eine Revolution funktioniert, wie ein Kug funktioniert. Die meisten Regionen sind geschlossen. Die Grenzen sind geschlossen. Ihr kommt da nicht rein. Ihr kriegt auch nicht einfach so eine Arbeitserlaubnis. Weil wenn man euch nicht kennt, wenn ihr die Leute nicht anschreibt, ja, dann sind die erstmal skeptisch. Zu Recht natürlich auch. Weil so eine Revolution, wenn die mal gestartet ist und die in die Hose geht für den Besitzer, dann ist die Region mal schnell futsch. Das heißt, da sind die schon sehr vorsichtig, wen sie reinlassen und wen nicht. Und hier in Marokko sehen wir zum Beispiel, ist das Thema in die Hose gegangen. Da ist die Region unabhängig geworden. In einer unabhängigen Region haben wir kein Parlament. Das ist das Thema, was wir hatten im letzten Video. Wenn ihr das nicht kennt, gerne guckt euch das nochmal an. Die Region nach der Revolution wird unabhängig und es besteht die Möglichkeit mit der Partei, wenn ich die jetzt hier zum Beispiel in Marokko neu aufmachen würde, auch an den Parlamentswahlen teilzunehmen. Die Parlamentswahlen finden nach Revolution, 24 Stunden später finden die statt. Und dann wäre es natürlich auch jetzt hier die Chance, mit der Partei einfach sich zur Wahl zu stellen. Jede registrierte Partei in der Region, das ist in dem Fall, schauen wir mal gerade mal, das sind 18 Parteien. Und es ist immer, eine unabhängige Partei ist immer attraktiv für die Leute. Da wird immer ganz viele neue Leute kommen dazu. Es zieht unheimlich viele Menschen an, weil die natürlich auch irgendwie Lust haben, politisch was zu reißen. Und über eine unabhängige Region ist das günstiger, in Anführungszeichen, als wenn ich jetzt etwas kaufe oder so. Wir sehen also, hier gibt es schon 18 Parteien und die stehen auch alle zur Vorwahl. Das heißt also, wenn jetzt in der Region die Vorwahlen starten, können diese 18 Parteien gewählt werden. Das ist ganz wichtig. Ich könnte jetzt hier theoretisch auch meine Partei aufmachen und mich zur Wahl stellen. So, das Parlament ist wie gesagt aktuell noch leer. Die Revolution ist gerade erst durch, es sind noch keine 24 Stunden durch. Das heißt also, die Parlamentswahlen haben noch nicht gestartet. So ein Parlament, wie ist das aufgebaut? Grundsätzlich, ein Standardparlament hat 100 Sitze. Wenn jetzt am Ende der Vorwahl die Stimmen verteilt sind, ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel, weil alles andere wäre viel zu komplex. Ich versuche das einfach runterzubrechen. Es gibt nur zwei Parteien hier in dieser Region, mal als Beispiel. Die einen hätten 300 Stimmen und die anderen hätten 100 Stimmen. Dann haben wir schnell raus, dass das ein 3 zu 1 Verhältnis ist. Das heißt, dass die erste Partei 75 Prozent der Stimmen hätte. Das macht bei 100 Sitzen 75 Sitze. Die zweite Partei, die unterliegende Partei, hätte 100 Stimmen vorher gehabt, sind 25 Prozent, sind 25 Sitze im Parlament. Die würden sich dann füllen. Wie füllen sich die Parlamentsitze? Wenn ihr zum Beispiel, ich sage jetzt mal, die erste Partei hat nicht 75 Mitglieder, sondern die erste Partei hat 120 Mitglieder. Ja, aber es sind ja nur 75 Sitze. Wie entscheidet denn jetzt das System, wer sich hier ins Parlament besitzen oder wer da rein darf? Tja, das ist gar nicht so einfach. Das entscheidet tatsächlich am Ende das Level. Also das heißt, das Level ist abhängig oder das Level entscheidet, wer ins Parlament gewählt wird und wer nicht. Seid ihr eher niedrig im Level, habt ihr dann wahrscheinlich erst mal, ich sage jetzt mal, die A-Karte gezogen. Wenn ich das mal so flaps daher sagen darf, dann seid ihr erst mal nicht im Parlament und könnt auch kein Gesetz erlassen. Es macht aber sowieso keinen Sinn, unter einem gewissen Level im Parlament zu sein, denn ihr müsst mal mindestens Level 40 sein, um an Parlamentswahlen teilzunehmen. Ihr müsst aber auch schon 24 Stunden in der Region gewesen sein und dort einen Wohnort besitzen. Das heißt, ihr seht ja jetzt hier, ich habe meinen Wohnort, Region des Wohnortes, ist Nordnorwegen. Wenn ich jetzt einfach nach Marokko gehe mit einer Arbeitserlaubnis, die brauche ich übrigens nicht bei einer unabhängigen Region, könnt auch einfach so hinfliegen, weil die Grenze ja offen ist, öffne da meine Partei und habe meinen Wohnort nicht geändert. Da kann ich aber an der Parlamentswahl nicht teilnehmen. Also ich brauche einen Wohnort dort und ich muss mindestens 24 Stunden in der Region gewesen sein. Sonst kommt da nämlich so eine tolle Fehlermeldung, die heißt dann irgendwie, mach dich erst mal mit deinen Nachbarn bekannt und so weiter. Das ist eigentlich ganz lustig gelöst. Auf jeden Fall müsst ihr mindestens mal 24 Stunden hier in der Region sein und den Wohnort in der Region haben. Mindestens Level 40 sein, dann könnt ihr an der Parlamentswahl teilnehmen. Und jetzt kommt eben die Krux mit den Gesetzen. Erst ab Level 50 könntet ihr überhaupt hier auch ein Gesetz vorschlagen. Das heißt also, selbst wenn ihr an der Parlamentswahl teilnehmt und wir haben dieses Beispiel 75 Sitze, wir haben 120 Parteimitglieder, der Level 48 Mensch ist jetzt gerade mal nicht ins Parlament gekommen, dann ist es auch kein Beinbruch, denn er hätte sowieso kein Gesetz vorschlagen können. Und da ist es sinnvoll, eben das vom Level her runterzubrechen. Ja, was passiert, wenn ihr nicht mal 75 Leute in der Partei habt? Das ist ehrlich ein ganz, ganz kompliziertes Konstrukt. Das heißt, das möchte ich auch nochmal ganz kurz darstellen, weil ich finde das eigentlich sehr spannend. Ich habe die Frage auch in der Community gestellt. Sie wurde nicht genau beantwortet, aber ich glaube schon, dass das so funktioniert, wie ich es euch jetzt darstelle. Gerne von euch, sonst von den Erfahrenen, die jetzt hier reinschauen, das nochmal korrigiert. Aber wenn ihr jetzt 75 Sitze hättet, theoretisch, weil ihr 300 Stimmen in der Vorwahl habt, zum Beispiel gekauft durch Söldner, wie auch immer. Ihr habt aber keine 75 Sitze, also keine 75 Menschen in der Partei. Dann wird natürlich die maximale Anzahl an Spielern aus der Partei, die wahlberechtigt waren, auch ins Parlament gebracht. Das heißt also, alle größer Level 40 kommen in das Parlament. So, jetzt sind das aber mitunter vielleicht nur 50. Ne, machen wir mal, machen wir noch klassischer, sagen wir mal, es sind nur 20. Ja, 300 Stimmen, wie gesagt, gekauft. Die zweite Partei, die ist aber gesünder. Die hat zum Beispiel 50 Mitglieder und hat 100 Votes, weil sie vielleicht irgendwie noch ein paar Freunde gefragt hat, die da mithelfen und so weiter, haben nur 25 Prozent des Parlaments. Also auch nur 25 Sitze. Würden aber diese 25 Plätze besetzen können, denn die haben ja 50 Mitglieder. Das heißt, die zweitgrößte Partei hat zwar nur 25 Prozent in den Vorwahlen erhalten, hat aber 25 Sitze und erhält damit auch 25 Plätze. Die erste Partei hat 75 Prozent in der Vorwahl erreicht, erhält aber nur die maximale Anzahl der Spieler, die in der Partei sind. Das heißt, sie wären mitunter dann im Parlament trotzdem benachteiligt, weil die absolute Anzahl an Abgeordneten höher wäre bei der Partei 2 als bei Partei 1. Ich hoffe, das ist verständlich. Wichtig ist das nämlich, dass ihr eine gewisse Mehrheit habt, denn wenn Gesetze vorgeschlagen werden, neues Gesetz, wir schauen uns die auch mal gleich in Ruhe an, wenn ihr ein neues Gesetz vorschlagt, dann braucht ihr mindestens über 50 Prozent Zustimmung für das Gesetz, damit es durch eine parlamentarische Regierung durchgeht. Das heißt also, ihr müsst ein Gesetz immer mit einer absoluten Mehrheit bestimmen. Welche Gesetze gibt es alles? Das Neubau von Gebäuden, wie gesagt, das führt zum Verbesserung von Indexwerten, die wir uns schon angeguckt haben, ein bisschen intensiver. Das führt zur Verbesserung von Goldreserven in der Region mit einer Tiefenbohrung, militärische Vereinbarungen, Kriegserklärungen, die ich auch im Kriegsteil schon mit drin hatte, Ändern der Steuern. Das ist immer wesentlich für das Thema Arbeiten in der Region. Ich gucke mal gerade, ob es hier noch Ressourcenerkundung ist, damit sich die Ressourcen immer wieder auffüllen, denn ihr arbeitet ja nur so lange in der Region, bis dort auch noch Gold verfügbar ist. Das haben wir im zweiten Video gelöst. Neue Parlamentswahlen könntet ihr theoretisch machen, ihr könntet auch Kapital transferieren. Es gibt ja, wie gesagt, in den Details der Region immer eine gewisse Anzahl oder eine Anzahl von Ressourcen, die der Staat zur Verfügung hat. Diese könntet ihr transferieren, wenn ihr sie zum Beispiel verkauft oder wenn ihr mehrere Regionen innerhalb eures Staates habt. Die Arbeit in der Region ohne Aufenthaltsgenehmigung könnte man untersagen zum Beispiel, das ist auch etwas, was ziemlich häufig genommen wird, um Leute zum Beispiel so ein bisschen zu verärgern. So, diese Gesetze, also zu verärgern und aus der Region zu verjagen. Diese Gesetze sind, wie gesagt, erst vorschlagbar ab Level 50. Und ihr braucht eine absolute Mehrheit, also eine einfache Mehrheit, sorry, nicht absolut, sondern eine einfache Mehrheit dafür. Mehr als 50 Prozent müssen für das abstimmen, sonst fehlt hier die Mehrheit für das Gesetz und das Gesetz wird abgelehnt. Dann gibt es hier auch nochmal abgelehnte Gesetze. Das ist jetzt die Historie, Kapitaltransfer nach Luxemburg. Da ist schon ein bisschen, kann man sich fragen, was ist da passiert? Und angenommene Gesetze, die halt auch wesentlich waren und da kann man sich halt so ein bisschen mit beschäftigen, dann auch mal so eine Historie nachsehen und so weiter. So, das heißt also, irgendwann ist diese Parlamentswahl vorbei. Ich habe jetzt die Zusammensetzung des Parlaments erklärt. Wie kommt man rein? Wer darf? Wer darf abstimmen? Wer darf Gesetze vorschlagen? Wie wäre das, wenn? Das heißt also, eine absolute Mehrheit in der Vorwahl bringt euch nichts, wenn eure Partei nicht groß genug ist. Die Plätze werden dann, die nicht besetzt sind, die euch aber zugehörig sind, werden dann grau gelassen, die werden freigelassen. Ob da nachträglich noch jemand reinkommen darf? Also ich sage jetzt mal, kommt der Partei nach der Vorwahl, joint er der Partei, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das nachbesetzt wird im Parlament, weil der Platz wäre ja theoretisch frei. Ich kann es aber nicht genau sagen. Das ist auch so eine Sache, die mir da bisher niemand beantworten konnte. So, wenn ihr dann das Parlament mal gewählt habt, jetzt sind wir mal so frei und wir haben die ganzen Gesetze gesehen. So, welche Möglichkeiten gibt es denn dann von politischen Systemen? Und da möchte ich euch mal aufmerksam machen. Auf der Karte gibt es nämlich den Punkt, der heißt Regierungsform. Und wenn ihr da mal rausbrottet, seht ihr, dass da eine ganze Menge an unterschiedlichen Regierungsformen auch aktiv sind. Gerade im afrikanischen Bereich haben wir viele Diktaturen. Wir haben einige Exekutivmonarchien. Wir haben einige präsidentale Republiken, parlamentarische Republiken und unabhängige Regionen. Ich gucke gerade, ob ich überhaupt eine parlamentarische Republik entdecke. Da. Da ist eine Atei-Republik. Sehr spannend. Gibt es nicht viele von. Was ist der Unterschied zu den unterschiedlichen Systemen? Unabhängige Regionen haben wir gerade erklärt. Sind Regionen nach einer Revolution zum Beispiel, die Grenzen sind offen, ihr kommt da rein und so weiter. Kein Thema. Dann gibt es die parlamentarische Republik. Die parlamentarische Republik ist das Thema, was wir gerade hatten. Wenn die unabhängige Republik in den Vorwahlen ein Parlament bestimmt hat, geht alle Macht vom Parlament aus. Und es gibt keinen Präsidenten zum Beispiel. Also das ganze Parlament entscheidet. Und zum Beispiel hier in dem Beispiel der parlamentarischen Republik wäre das jetzt so. Nach der parlamentarischen, nach den Vorwahlen gibt es eine Präsidentschaftswahl. Wenn aber niemand der Präsidenten gewählt wird, keine Partei wählt einen Präsidenten, dann wird es automatisch, bleibt es eine parlamentarische Republik. Weil es dann keinen Präsidenten gibt, der irgendwelche Sonderrechte hätte. So, das heißt aber logischerweise, das ist eine präsidentale Republik. Jedwede Republik ist, die nach der parlamentarischen Republik noch einen Anführer gewählt hat. Was ist der Unterschied? Und das steht, die Gesetze werden weiter vom Parlament erlassen und auch vorgeschlagen. Aber der Anführer, in dem Fall der Präsident, genehmigt Wohnort. Er ernennt Minister. Und er kann zum Beispiel vom Staat die Farbe jetzt ändern. Also der Staat, ich hatte euch das ja mal erklärt, das ist die höchste politische Form, die es im Spiel gibt. Es gibt eine Region, aber eine Region ist immer meistens einem Staat zugehörig. Und wie gesagt, hier seht ihr, welche Staatenbunde es gibt. Und mehrere Regionen können logischerweise einem Staat zugehörig sein. So, Präsidentale Republik, haben wir das. Ihr könnt dann die Farbe des Staates ändern. Wie gesagt, jetzt hier hat sich irgendein Russe dafür entschieden, wir machen den Staat grau. Die Farbe könnte noch geändert werden. Das ist einfach das, was der Anführer dann bestimmen dürfte. Wir gehen wieder zurück in die Ansicht. Ich fand das ganz gut mit der Regierungsform. So, dann gibt es das Einparteiensystem. Wobei, machen wir erstmal Diktatur, weil das, glaube ich, das Beste ist. Machen wir mal mit der Diktatur weiter. Damit kann man dann die nächsten Systeme besser erklären. Da ist es natürlich klar, Diktatur, der Diktator hat alle Macht. Man muss mindestens 80 Prozent in den Vorwahlen erreicht haben als Partei, um dieses Diktatorkonzept durchzuführen. Und es ist irgendwie nur 31 Tage nach der präsidialen Republik möglich, überhaupt eine Diktatur auszurufen. Das heißt also, nur aus einer präsidialen Republik ist das überhaupt möglich. Und dann müsst ihr mindestens einen Monat warten, bis ihr überhaupt aus einer präsidialen Republik eine Diktatur machen könnt. Vorher geht das nicht. Der Switch ist dann von der Diktatur, also die Diktaturen jetzt wieder zu befreien und in irgendeine Republik zu überführen, ist quasi nicht möglich. Es sei denn, der Diktator sagt, er möchte wieder eine Republik machen oder eine Revolution regelt das anders und macht die Region unabhängig. Gesetze werden logischerweise sofort verabschiedet. Das heißt, der Diktator entscheidet, schlägt ein Gesetz vor und es ist sofort verabschiedet, weil es gibt ja niemanden, den er zurate ziehen müsste. Ein Diktator hat auch immer einen wirtschaftlichen Berater, der entsprechend zum Beispiel die Goldressourcen und so weiter auffüllt. Dann gibt es das Einparteiensystem hier in pink oder lila. Das ist eine Mischung aus Diktatur und eigentlich gibt es auch noch dominante Partei, wobei ich das hier nicht finden kann. Da ist es nämlich so bei der dominanten Partei, das Ganze ist auch größer 80 Prozent, auch nach 31 Tagen erst möglich. Aber da ist es logischerweise so, dass die Partei jedwede Entscheidung trifft. Es gibt alle fünf Tage Neuwahlen und das Einparteiensystem ist quasi eine Mischung aus Diktatur und dominanter Partei. Denn die Gesetze werden nur direkt vom Diktator auch direkt durchgewogen. Also wenn der Diktator ein Gesetz vorschlägt im Einparteiensystem, ist es so, dass das Gesetz auch sofort verabschiedet wird. Gesetze, die aus der Partei vorgeschlagen werden, allerdings kann der Diktator nicht einfach durchwinken, sondern die müssen tatsächlich abgestimmt werden. Und dann gibt es eben noch ganz viele Exekutivmonarchien. Da sehen wir auch, dass das so, ja, würdet ihr sagen, das ist das meiste, was hier so ist? Ich denke mal schon. Wobei jetzt die ganzen kleinen Regionen müsste man dann wahrscheinlich auch noch mit reinzählen. Das sind dann wahrscheinlich mehr. Aber in der Fläche sieht es jetzt einfach mal mehr nach Exekutivmonarchie aus. Absolut sieht es vielleicht anders aus. Aber Exekutivmonarchien zeichnen dann halt aus, dass die Partei quasi nur noch eine Stabsstelle ist. Also sowas wie Gesetzesvorschläge machen. Die sind ein Rat, den der Monarch zur Rate ziehen kann. Die Gesetze werden aber nicht mehr vorgeschlagen und müssen abgestimmt werden, sondern man schlägt dem Monarchen das Gesetz vor. Und dieser müsste dann quasi hingehen und sagen, ich nehme das Gesetz und verabschiede das sofort. Soviel zu den verschiedenen Systemen. Ich hoffe, der Unterschied ist ganz gut klar geworden, denn das ist gar nicht so einfach, wie gesagt. Also auch die Systeme alle voneinander abzugrenzen. Wie gesagt, dominante Partei finde ich hier gerade nicht, findet man aber im Wiki-Eintrag. Es kann sein, dass es mittlerweile nicht mehr da ist oder dass einfach keine Region dieses Konzept fährt. Kann ich aber jetzt gerade nicht beurteilen. Okay, dann wollte ich auf jeden Fall noch auf ein, zwei Dinge hinweisen, weil ich bin des Häufigeren mal gefragt worden, wie kann ich denn zum Beispiel einen Link teilen. Also ich habe hier mein Profil und ich möchte, dass irgendjemand mein Profil findet. Ich bin jetzt hier drauf und halte jetzt einfach länger auf die Startseite gedrückt und bekomme dann den Link. Den kann ich dann logischerweise hier wieder rauskopieren und auch in irgendwelche anderen Systeme reinnehmen. Ich kann auch hier Link kopieren drücken, logischerweise am einfachsten. Bei mir klappt das allerdings nicht immer. Ich muss das manchmal ausschneiden, warum auch immer, der das dann nicht nimmt. Aber nur, dass ihr wisst, wie das funktioniert. Wenn ihr jetzt irgendwie eure Mine teilen wollt oder so, dann geht ihr hier auf eure Goldmine und dann macht ihr wieder auf der Startseite, haltet den Finger gedrückt länger und dann kommt der Link zur Factory, wie ihr seht. Und so funktioniert das eigentlich überall im Spiel. Das heißt also, egal was ihr teilen wollt mit jemandem, auch ob das ein Artikel ist, also jetzt hier Reliquia, ich mache, ups, das war jetzt ein bisschen schnell, ich gehe jetzt hier einmal rein und drücke Startseite länger gedrückt und auch dann bekomme ich hier den Link zu diesem Artikel. Also das ist absolut unabhängig von dem, wo ihr das macht. Hauptsache ihr haltet dann länger die Startseite gedrückt. So, das zum Thema Politik. Wie gesagt, innerhalb der verschiedenen Systeme gibt es dann das Thema, wie gesagt, der Gesetze und am Ende des Tages entscheidet sich eigentlich nur, wer entscheidet über die Gesetze. Brauche ich eine einfache Mehrheit? Kann der Diktator das durchwinken? Habe ich einen Monarchen, der von der Partei beraten wird? Und so weiter und so fort. Ich denke, wichtig ist, dass man verstehen muss, Parlamentswahlen mindestens Level 40, 24 Stunden in der Region mit Wohnort, mindestens Level 50 für Gesetzvorschlag, Parteien nur da gründen, wo ihr auch tatsächlich aktiv werden wollt und nicht irgendwo. Ihr könnt den Standort nicht mehr ändern. Das ist echt wesentlich. Es gibt immer Standard 100 Sitze. Hier vielleicht noch als Info, die 100 Sitze im Parlament kann man nachher per Gesetz auch noch vergrößern, verkleinern, wie auch immer. Damit mehr Leute mitmachen können zum Beispiel. Bei einer präsidentalen Republik wäre es ja cool, wenn noch mehr Leute aus meiner Partei mitmachen können. Nur das teilt sich dann auch wieder prozentual auf die Vorwahl aus. Also das soll es erstmal gewesen sein zum Thema Politik. Das nächste Mal dann Teil 2, wo wir uns so ein bisschen damit beschäftigen werden, wie das ganze Thema aussieht. Staat, Region, wie Regionen unter einem Staat organisiert sind. Was sind Autonomien, was ist ein geopolitischer Block, militärische Vereinbarungen, einseitige bilaterale Migrationsvereinbarungen. Das alles in Teil 2. Das erstmal nur Teil 1. Weil das Thema sonst viel zu komplex gewesen wäre, muss ich hier einen Cut machen. Und hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Teil 2. und dann mit viel mehr Informationen, die hoffentlich dann auch noch die letzten Dinge ausräumen und euch das Thema Politik wirklich nahe gebracht haben. Bis dahin, euer Kentrigo.